So, wir machen jetzt die Auslösung vom einjährigen Jubiläums-Gewinnspiel von elektrosprayboard.de. Zu gewinnen gab es jeweils ein T-Shirt und eine Cappy von 2SeaBoard. Am Gewinnspiel teilgenommen haben Victor Popsi, Loran, Timber Grey, El Rojino, Schneller Tüppisch und Flyrush. Nicht dabei ist Ossen Possen, weil Ossen Possen jetzt offizielles Teammitglied von elektrosprayboard.de ist und somit nicht mehr teilnehmen können. 3, 2, 1, Stopp! Der erste Gewinner ist Timber Grey. Herzlichen Glückwunsch! Du hast ein T-Shirt und ein Cappy von 2SeaBoard gewonnen. 3, 2, 1, Stopp! Der zweite Gewinner ist El Rojino. Auch du hast ein T-Shirt und ein Cappy von 2SeaBoard gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Viel Spaß mit den Klamotten und viel Glück an die Loser beim nächsten Gewinnspiel.